wir müssen jetzt wir müssen jetzt zone drück zone drück lauft einfach lauft einfach hier war offen ne ja im haus im haus im haus beim haus links unten sind auch leute die werden jetzt kommen wir müssen da reinschaffen ist cool vergaß die die tür und ich kann nicht also ich habe keinen gas fangen direkt hier ja jo team direkt bei uns das land wieder hinten rechts ja ich mach vorne rechts hier hinten links ist auf jeden fall welche da ne ist sicher ganz kurz hier links runter den gast ja ist hier mit konzertum fangen wir jetzt mit jetzt gleich bei euch ich habe diesmal nach hinten gesichert ist glas ausgelöst hinter uns hinter uns hinter uns da ich habe alle meine fallen das hinten rumgehen ja schnell anders rumlaufen ja er ist immer noch hier ich höre dich schon konstantin kommt dir entgegen kommt dir entgegen das ist unfassbar das ist unfassbar ich bin jetzt ich bin jetzt glücklich ich bin gleich ich bin jetzt ich bin jetzt das müsst ihr sehen ich bin jetzt das müssen wir sehen Dicke Hits, dicke Hits Hammer Ja, hab den Stark, Konstantin Stark Ich geh Philipp direkt holen, ja? Ja, ja Ja Ginger Ja 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 Da 院 Hier unten Noch ein Guild Shield 63 auf der hinteren 21 auf der Fall Der ist gebabbelt Wo genau? Ah fuck, ja ich komm zu euch Gunsheen von dem ist weg Der haut wieder ab Weil der keck ist Das ist jetzt wieder so ne Phase Die Waves macht ein Portal Die macht ein Portal nach vorne Ne, 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 kein Portal Doch, doch, doch Ja? Okay Es ist ziemlich sicher hier Hier unten Obwohl, kann es auch sein, dass die Dinge zu haben 48 auf dem hinteren Ich hör die auf jeden Fall Die ist glaub ich unter mir Hier hinter ist ein Jimmy Seht ihr den? Ja Frack, 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 Frack Down, Down, Down Sehr schön, sehr schön Jetzt erst mal noch Schaden Lass den da, lass den da Wir sehen ja, wenn da jemand hin will Ich hab die Raid irgendwo direkt unter mir Ja, die kelt jetzt wieder weg Die läuft nach da, die läuft nach da Zu dem Ja, äh, genau Von links ist noch ein Team Was mit auf die geschossen hat Ja, andere Seite Nach oben drauf, ne Ja 57 auf Horizon Die ist hinter diesem Wendding Oh, fack Ich wird Becravered Oh, ja Ich hab den gecrackt Konstantin Drohne ist hier Konstantin Drohne ist hier Ja Können sie nur aus 50 nehmen Drohne ist hier Ja, ich bin ja hinter der Cover Da ist ja keiner Ich schieße auf den gecrackt Ja, aber wenn einer einen Winkel für dich holt Hier zum Beispiel, Konstantin Hier stehen einfach schon welche Ja, ich weiß Die stehen einfach welche Ja, ich weiß Ja, dann reicht ein Fuse Ein Valkyrie irgendwas Und ich hab das Ich hab nen Care bekommen Ja, das ist der Jimmy dabei Kraber Ja, die ist auf dem Dach Die Kraber Ja, genau Keiner Keiner Der ist links weiter vorne Au, hua, alter Hast du jetzt mal ne Batterie Du droppen kannst? Ich hab jetzt noch drei Batterien Hast du oder brauchst du noch? Ne, ich hab keine mehr Ich hab glaub ich auch noch eine Ja, ich droppe Direkt bei uns Direkt bei uns Direkt bei uns Direkt bei uns Da oben auch noch welche Es war hier gerade direkt um die Ecke einer Und unten Direkt unten Direkt unten Au, die sind nur über uns Kommen die hochkette? Ja Ich bin hier oben Unter uns Bei Titian Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt Zone drücken Lauft einfach Lauft einfach Hier war offen Lauf hier oder? Ja Im Haus Im Haus Im Haus Beim Haus Links unten sind auch Leute Die werden jetzt kommen Wir müssen da rein schaffen Ist cool Ich vergaß hier die Tür Ne, ich kann nicht mehr Also fuck ich hab kein Gas vor allem ne Fuck die sind direkt hier 2,2,2 Ray fast down Auch den aufhaut Einlegen Komm hinter die Kaffer Konstantin Komm bitte einfach zu mir gekrabbelt Ich bin Lifeline Nein Warum raus Warum raus Ich bin zu weit gelaufen Ich muss nach hinten werfen Hier kommen 2 Ich geh dann 2 auf meiner Seite Fuck ich hab Ich hab noch 160 live für 2 Waffen Achster Ja Ja Slow heal Er spielt vorsichtig Drei Leute Drei Schuze An jemand live für mich? Nope Fuck Fast gar nix mehr Ok ja aber ich glaub das tut's Ich glaub die sind auf unserem Dach Habt ihr eure Ultis bereit für die letzte Endzone? Mhm Ne ich hab die grad zum abwählen hier benutzt meine Ich hab noch grad ein Ulti X-Elegetriebs schon bei 60 Ok Und ich werd dran gegangen Hier drinnen Granate rein, Granate rein Tank Oh fuck Ok Ja wir müssen jetzt Ich hab nen Revive auf uns Egal lass laufen Lass sie passieren Oder? Lass es Äh genau Ja Ja hier hinter Die sind halt immer noch bei uns aufm Dach ne? Ja und das andere Team ist links von uns Die sonst nicht im Gegensatz ficken bevor wir hier sind Konstantin hast du noch nen Frag? Kannst du mir ne Frag geben? Der hat Ulti gemacht so Äh ne 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 Fack Hab ich nicht Ich sperre die jetzt hier ein ja? Ja Ja wenn die noch da sind Ja Der ist es nicht genug Also ein Junge grade mit Lass wieder raus Die sind immer noch oben raus Chill 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 Aber wir müssen jetzt langsam hier rum Ja Wir müssen jetzt langsam um ins Haus gehen Die gehen über uns Fack ich werd von mir an Hier Ich hab einen genommen Drohno bei mir Drohno bei mir Drohno auf mir kommt der Frag Rechts von euch Ja Nop Knop Nop Knop Bleibt eng Bleibt eng Bleibt eng Bleibt eng Bleibt eng Ich bin tot Ich bin tot Nicht um mich gemacht Ja Stark Wolle Ich hab nen Padfineer der gedown war Woooooo Ich möchte nicht hören Wer ich sagen So geil Ich dachte mir nur warum hat der kein Knock-On-Chic aus. Boah Jungs, wirklich krass. Am Ende. Wird der One-Wall-Chic-Aliens? Nicht krass geschossen oder so, aber einfach dieses so, dass er es einfach taktisch klug spielt. Yes. Strammer Scheiß Jungs. Wirklich. Und wieder letzte Runde. Stark. Boah, stark die 10. Am Ende gut abgefarmt. Bis dahin nicht allzu viel gemacht. Mit der K habe ich wirklich wieder, sind mir zwei, drei Leute halb blind vor die Linse gelaufen. Ich habe leider, ich habe von der Leiche, wir haben da zusammen noch einen auseinander genommen. Ja. Und da habe ich noch ein Shields-Wolf-Rotes-Schild und eine Volt rausgeholt. Die hätte aber nur noch einen Satz gehabt bei Path Financial. Ah shit.